so leute servus willkommen suchen zerstören mit den ist dabei als gast und sonst team srp und wir spielen auf wasteland nickels und denkst schon wieder ganz groß denn ich habe autozuweisung gemacht ich habe gesagt ich um du unten weil wir doch eben nicht die gleichen team egal machen wir es mal so ich habe mich wo ich hier eigentlich hinrenne oh mein gott ich auch ich kenne meistens umzustellen kann ich gar nicht nur ich möchte ich sagen obwohl ihr relativ alt ich möchte mir auf zum zuständigen gar nicht nachdem jemand erhebt wie ist er bei der Einheit gerade sagen wir alle Joachim Slapp und 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 Nächster mit einer ja du nicht alles nur wunderschönlich dass es nicht wird ja ich hab den halt auf der Wiese getötet auf der auf der ein das war ein Fehler Alter dein Ernst aber muss er ja also daraufhin den Chip ja das war ein Fehler wo saß er denn alter am Baum da habe ich gleiche ja mhm guter Treffer vor allem vor allem den Mikkels der Tomatenmensch ja der Tomatenmensch was ja der Tomatenmensch das verstehen jetzt nur ausgewählte Personen WTF da musst du mich verstehen du bist keiner von den beiden wenn jemand von euch mit Thermalvisier spielt fick ich ihn hart ich nicht ich auch nicht wäre eine gute Idee gewesen fuck ja der stand hinten am Heli-Statter hattest du hattest du deinen Sniper hattest du einen Strafschutzung gewährt ja ja du bist so billig ey hab ich dich hab ich dich mit dem Sturmgewehr erwischt mein Lieber ja hast du Dennis schon gesehen? ne noch nicht einmal nicht mal Dennis hat Dennis gesehen und ich dachte gerade er wäre hinter mir oder so nein ja ja hallilu ja ich hab dich halt gesehen daneben geschossen und dann dachte ich mir so ich bin voll schlecht und dann dachte du lass ich mich direkt mal abschieben ja und dann dachte ich mir das ist mein Tod und ich war mir nicht sicher ob ich auf die Entfernung ähm dich noch erwischen kann und dann weil ich hab dich auch ich hab dich schon total lange gesehen und dann hab ich erst weh draufgehalten ja ich hab mir nicht sicher ob du mich grad siehst weil irgendwie du warst in meiner Nähe und dann irgendwie auch nicht und dann war halt scheiße hast du dich selbst geflasht? nein ich hab dich aber gesehen wo du warst ja ich hab auch noch gesniped also der ist keine Chance kauft ah sehr gut du bist auch so ein Push-Mensch, wie du sie immer nennst da kann man Such Push-Mensch Suchen und Zerstören Das Ziel verteidigen ich gehe auf meine Lieblingsposition Abbi sei bitte vorsichtig mach mach aber ja wenn ich sterbe ist auch nicht schlimm denn du lebst ja noch Scheiße unten im Bunker ich weiß wo Dennis ist zum Beispiel ja wo äh Nickels ist tot er ist hinten in dem Haus hat sich ausgesnipert ähm er ist hinten in dem Haus drin boah ich weiß wenn die Aufnahme knusmer und so ist voll scheiße hab ich hab von Bekauf Chips gibst du mir Deckung ähm ich glaub sie wird besnipert wo schießt der denn vom Balken oben ach da hätt ich die ganze Zeit aufschießen können ich hab ihn nur nicht gesehen das ist natürlich du hättest ihn wirklich die ganze Zeit erwischen können ich hab ihn nicht gesehen da war ein Baum im Weg ja ich hab ihn nicht gesehen war ein das machst du heute hier oder was ja ich geb ihm ne Rückendeckung sonst anderes braucht er nicht zerstören vielleicht komm ich mach mal wir haben die Mauer rippt ripptidoo feindliche Vorrede Alter ich werd was ist das denn bitte nicht dein Ernst oder was denn bist du gestorben ich bin was bin ich bitte gestorben du bist von der Kiste getötet worden du Idiot nein wurde ich nicht wurde ich wirklich nicht was ist denn passiert war ich vergiftet oder so nein du bist kann man denn vergiftet werden bin ich außerhalb der Map gelaufen das oh ja Minenfeld du bist bitte nicht in die Radioaktivität gerannt oder Alter wie scheiße das Alter das wusste ich nicht mal dass so was passieren kann es steht noch groß dick dran es gibt selbst bei Call of Duty ähm zwei eine Karte wo außenrum Minenfelder sind wenn ich rückwärts einfach laufe da sehe ich das ja nicht der hat er von mir gesniped von Kirche aus für ein klatsch der kommt jetzt bestimmt für eine an dir mehr Geld der ist beim Bombenplatz ah f*** den ja ich wollte gerade schießen auch klar Alter und ich dachte eben gerade ihr hättet eine Atombombe oder irgendwie sowas gehabt ja ja mit zwei Abschlüssen oder gerade mit zwei Asschlüssen Du, was weiß ich denn, wird Hack-Nikkels-Snapp hochgegeben. Ja, und dann schreibt hier jemand Nikkels, der hackt, weißt du? Ihr Hacker. Nein, 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 weißt du, wie das nämlich war? Die haben nämlich geschrieben, dass der Hack-Nikkels aktiviert wurde und die dadurch gewonnen haben. Weißt du? Du warst sozusagen der Hack. Weil, fand ich persönlich ja noch witziger. Ja, ich erst. Ja, wer den Schaden, wer den Schaden hat, ne? Ich hab übrigens meinen Samtex vergoldet. Vergoldet? Vergoldet. Ja, ist okay. Ich hab's gemerkt. Vergoldet die halt immer gerne. Äh, bei denen hinten an der Ecke vom Gras. Ich bin komplett... Den inneren Busch lief komplett lang gelaufen, um die zu runden und dann schnell hinten an der Ecke. Ja. Dennis hat auf mich gesnipet, glaub ich. Wurde? Weißt du mehr als wie alle. Vielleicht hab ich aber auch auf dich gesnipet dann, so. War nur... zur Verführung. Snipes doch gar nicht. Wo ist denn die Bombe, wo debst du die? Ähm... Wie, wo ist die Bombe? Die haben die Bombe. Ja, weil... Hast du... Hat... Dennis die jetzt noch? Denke mal schon. Hihihi. Schön. Nein. Ich wurde weggesnipert. Ich hab doch gesagt, den ist Snappert. Renn doch nicht aufs Feld. Also ich... Ich hab mir den... Ich hab mir den einen Punkt angeguckt. Renn doch nichts aufs Feld. Pass jetzt nur auf. Wo wurdest du denn abgeschossen? Äh... An einem der beiden Punkte. Ich weiß gar nicht mehr. Was ist jetzt dein Ernst? Ja, meine... Du kannst doch jetzt einfach warten. Warte einfach. Kannst du es mir doch einfach sagen. Ähm... Ne... Wenn ich nicht weiß... Das ist unglaublich. Ob ich bei A oder bei B war? Ich kann nie sagen. Ob ich bei A oder B war. Maaan... Scheiß... Shad hier. Teilst du mit uns? Die Bombe wurde flaschiert. Hab gewohr... Renn, 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 Renn! Boah, Mann, Alter, wie schlecht... Was war das denn jetzt? Hat's er? Der ist aus dem Buckel rausgelaufen. Genau in dem Moment, wo du dich wegdrehst. Er hat dich aber auch vorher schon gesehen. Ja, aber... Hast du wo du dich hinsetzt? Ja. Und dann guckt er raus wie so ein Erdmännchen. Flup! Schon sehr schön. Haha. Ja, hättest du es bei Arne auch angekommen, merkst du? Haha. Ich so, Flup! Echt mal, Flup! Einfach Flup halt. Wir haben die Bombe! Wim, 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 wim. Wim, wim, wim. Ich hab' mich gesnipet von hinten ab. Da. Das ist der Punkt. Ähm, ja. Seh ich. I see. I see it. I see it, ja. Ich kann echt machen, wenn ich auf... Ich seh' auf dem Mepper. Auf mich! Auf mich! Von hinten! Fuck. An die andere Seite, Fabi! Mann! Nicht da hin! Waaah! 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 Scheiße! Achso, okay. Im Bunker. So, dann bist du wieder am snipen, sagst du? Wo schnippt der denn jetzt schon wieder? Will der uns verarschen? Äh. Schön. Wir haben die Runde verloren, aber es ist doch nicht verwahrt! Naja. Wir können uns auch gerne offene Gefechte hier in diesen heiligen Minen. Offene Gefechte im Bunker, wat? Ja. Offene Gefechte. Mhm. Total offen. Kann ja wohl nie wahr sein. Wie er nicht träumen will. Das Ziel verteidigen. Oh, ohne Spaß. Ich wollte grad alt drücken, um umzugucken. Das ist kein Scherz. Alt? Alt ist, äh, Daisy umgucken. Okay. Du hast zu viel Daisy gespielt, mein Lieber. Ja. Und du guckst so wenig um. Nein! Warum kommst du denn auch bitte dahin? Was ist denn das? Was ist mit dir das, Junge? Warum darfst du nicht außen lang? Keine Ahnung, wo der ist. Der kam direkt aus dem Bunker. Direkt aus dem Bunker. Ich glaub, wenn du da außen rumlässt, ist das irgendwie zu aufwendig. Pass auf, Dennis, das ist nicht schon irgendwie. Der Junge ist überall. Überall und nirgendwo. Und nirgendwo. Irgendwo. Irgendwo. Ja. Hat da jemand Langeweile, Alter. Gab's noch nicht so viel. Ich hab's einmal aus Versehen gezündet. Und die war gar nicht mal so schlecht. War auch damals das Verwuchertag, ja. Wir sind ja bei Wasteland. Ich weiß. Ja, ist klar. Hä, bist du eigentlich tot? Nö. Gut. Warum sich sonst... Noch nicht, Nickels. Aber dreh dich mal um. Hm. Geht nicht. Bis an der Wand, ja? Ja. Ja. Da Daisy. Ja. Ja, Daisy hat mich das gelehrt. Das ist gleich das Territorium hier. Du standst direkt am Busch, oder? Ja, mir. Ah, scheiße. Da hab ich doch gesagt, tu's nicht. Hat er aber ja geplantet. Und dann dachte ich mir so, okay, rennst du mal raus mit den Shotguns? Dann haben sie weggerannt. Dann dachte ich mir so, okay, dann renne ich hinterher und wechsle aufs Dings. Und dann hab ich geschossen und bin ich getroffen und war scheiße. Aber unterm Strich. Ja, du bist scheiße. Genau. Unterm Strich. Verstehst du. Schade. Hätte cool werden können. Hätte ich aber geschnitten, du. Ja. Obviously. Boah, Mann ey, bei diesem Rauchschaden habe ich manchmal einfach... Es ist halt dein Ernst mit deiner dreckigen Kack... Fuck... Scheiß Waffe und ich kann nicht richtig rechtsklick drücken. Das erklärt doch alles. Fabian hat die Bombe. Nein, Anna hat die Bombe. Ich glaube nicht. Oh ja... Einfach krass, weil die so riesig ist die Nacht. Hätte niemals spielen sollen, eben für einen 5. Wollte ich ja vorhin auch schon. Das war die, die ich als erstes spielen wollte. erst mal aber umdrehen 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 schön ich dachte ich habe richtig nice gemacht ich dachte schon das war dumm dass ich nicht darauf gezielt aber mit dem habe ich gar nicht gestalten na klar Hast du jemanden oder nicht jemand? Jo, ich hab einen geflasht Ja, die sind Schrotflinten, man, die sind so hässlich Nickels, steckst du dir in den Arsch und drück ab, ey Hab ich schon etwas gemacht, das ist ein ziemlich geiles Gefühl, um ehrlich zu sein Hast du echt schon ausprobiert, ja? So kennt man ihn Moaan! Genau Nickels war vorhin im Bunker drin, wollte ich nur sagen Ah, ja, ich hab's nicht bekommen Und du hast noch was, falls du dir unsicher bist Ja, ich wollte mir das aufheben für die nächste Runde Kann man die eigentlich auch stapeln? Mh-mh Was? Doch, ach, keine Ahnung Die Bombe wurde platziert Fabi, Alter Ich hab mich gesehen, ich hab mich gar nicht gesehen Ich bin so schlecht Mh, ja, das war nicht so gut Ah, der Baum hat sich grenzenlänger warten müssen Der Baum, der hättest einfach in Ruhe warten müssen, bis er sich bei der Bombe entstellt Ja Der hätte dich eh nicht, der hätte dich nie gesehen, nie im Leben Ich hab dich ja, ich hab dich ja eigentlich voll gesehen, nur der Baum hat echt viel abgefangen, ne? Ja, der Baum nämlich Eigentlich nicht, aber der Baum Nickels Freund ist nämlich der Baum Keine Ahnung Keine Ahnung, ich hab dich auf einmal nicht mehr gesehen Ich bin Baumann Das Ziel zerstören Achtung, weibliche Aufklärungsdrohne gesinne Achtung, weibliche Aufklärungsdrohne gesinne Achtung, da ist er doch noch Hm Alter Hast du ihn nicht gehört? Nee, hab ich nicht Du, ich hab ein scheiß Headset noch Ich hab ganz normaler Kopfhörer Ah Mist, ey Ich hab das nichts 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 Ich hab das nicht Ich hab das nicht Wir haben die Bombe Fabian wusste halt nicht, dass man aus dem Bunker da gut hinschießen kann Ich hätte auch gar nicht gedacht, dass du da so schnell hinkommst Er snipet Ja Aber Aha Vielleicht Ich hab das Angst Na weil man lite Oder Wie kommst du da auf? Keine Ahnung, vielleichtorial Kampfer oder Tastofogel Holzbalkenhaus? Ich weiß jetzt nicht, wie ich das anders beschreiben soll Der Scheißbaum ist aber auch genau im Weg, ey Er liegt unten auf dem Boden Haushöhe Aber gib Acht Du spät Vergiss was, ja, vergiss alles Ich stand aufm Auto drauf Danke Fabi Gerne doch Bin ich wieder Nope Nope Wow, das war knapp Warte, Nicke ist die Bombe heute? Nee, Dennis Wir müssen überleben Achtung, jaja Wo sitzt der denn? Ich hab ihn gesehen, komm weg da Er muss ja kommen Wir haben die Bombe Das wäre jetzt ziemlich lustig wenn das klappt Achtung, geh weg da Geh bloß weg da, der weiß was wir da waren Ähm Ich wollte grad sagen Ja, es ist vorbei Egal, aber er schafft es nicht Es wäre so, wenn du es mit den letzten 10 Sekunden schaffst, ne? Mh Aber das ist wieder mal die typische Wasser Alter, dein Ernst? Alter, warum schießt du den Kerl in die Eier? Direkt, Junge Oh, die Folge muss ich mir heute angucken Southpack-Folge Muss ich mir angucken Mit den Chinesen? Ja Gestern hab ich mir Ich guck mir jetzt mittlerweile Ich bin voll im Southpack-Film mal wieder Guck ich mir jeden Tag zwei, drei Folgen an Warum das nur? Ja genau Ich bin Southpack-Let's-Play, Alter Und ähm Gestern hab ich mir die Folge angeguckt mit Cartman als Lehrer Mr. Cartmanis Wie komm ich bloß an diese Kinder ran? Wie erreiche ich bloß diese Kinder? Und dann irgendwann am Ende Ich habe die Kinder erreicht Ja, keine Ahnung Also ich mach alles scheiße und darum war ich es nicht mehr an Ja Ich, 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 ähm musste mich eben gerade auch über meine Dummheit wundern Ich stand hier und wollte irgendwo drunter durchgucken und hab mich doch, ähm, realized Man, scheiß Chat schon wieder Beinah verreckt du in den Kack hier Eklig Hure Stirb Langsam Elendig Abi zieh ich zurück Habe ich einen sicheren Äh Nachhauseweg? Einer bei mir hier Ja, er hat mich gesehen Natürlich hat er mich gesehen Wo ist denn gestorben? Auf dem Kleen Scheißding drauf Auf dem Ami Eingang, Eingang von Mine? Ja, genau da Ich hab dich gehört Fabi Du solltest trennen Außerdem plantet, äh, Dennis grad BB Ach ne, du bist ja der Typ der plantet LOL Der ist direkt am Eingang zur Mine Wie ich geflogen bin Fabi, du bist sexy, Junge Irgendwie dachte ich mir grad, dass wir planten müssen Scheiße Das wär ja geplant Oh Gott, Alter, ist mir so voll Fabi hat einfach nur sein Messer hochgehalten Ja Äh, als Dennis, als, äh, 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 als Nickels gesprungen ist Das war irgendwie grad ziemlich lustig Das sah cool aus, ne? Mich auch Äh, Fabi? Möchtest du heute noch? Ja, was soll ich machen? Oh, Alter Wo standst du denn? Ich sag's dir, der letzte Schuss, ne? Dennis hätte sich fast nicht mehr im Visier gehabt Aber pass mal auf jetzt, guck mal So Zeig, trefft er Und jetzt nicht mehr im Visier Und das guckt raus, der Kopf Es ist, ich stand so offensichtlich, dass es schon wieder unhoffensichtlich war Das ist echt bitter Einfach nur neben Baum gestellt Ich bin großartig viel bewegen Du bist der Baum Du bist der Baum Morgelbaum, Morgelbaum Morgel, Morgel, Morgelbaum Morgelpackung, Junge Achtung Feindliche Aufklärung Hätte ich die grad mal eingehört Ja Wo ist der denn? Ist so traurig Was wusste ich, ich seh die nicht Was ist denn, schieß Drohne? Hinter dir Jetzt mal ernst, ich seh die nicht Äh, Tunnel Okay Einer, er ist auf jeden Fall renn gehüpft Hab ich auf jeden Fall gesehen Cool Ja, ich hab was im Tunnel geflasht Ari, du kämpfst gegen zwei, Vorsicht Einer snipe bei denen Was? Einer snipe bei denen Hinten bei denen Hinten bei denen Autos Daneben Also nicht Helikopter Daneben Er war direkt am Eingang da Kamer raus Arno war schon tot? Ja Hä, echt? Ne, Arno lebt noch Aber ist egal Nein Was? Da, ich hab mir sehen Er steht direkt vor mir Es ist unglaublich Er steht genau im Markt der Autos Ja, schade Schade, schade Ne Wir waren komplett am anderen in der Map Aber ich wusste Wenn ich jetzt hin springe Und runter gehe Dann bin ich direkt in diesem kleinen Eck Und da kann Arno nicht snipen Weil ich unter ihm bin Hinten zu blöd gewesen, Nickels zu treffen Wow Ja Habe ich dich einmal getroffen? Nein Gar nicht? Nein Ich einmal Schaden mache? Nein Kein bisschen? Nicht mal angekratzt Äh, lass mich überlegen Nein Nicht mal weg Midnight Pflaster Nicht mal das Nicht mal das, ja das nochmal Ja, und das ist halt so toll Du weißt du Einen getroffen Ja, das war ich So Oh, ich bin tot Wer kommt rein? Hure Er ist geflasht Und ist direkt am Eingang Vom Dings Ja Killed Ein Fort aus der Front Und ich brauche Den ist heute mal die Sintex rauf Den ist sniped eh Ja Wenn du planten gehst, plant er so Dass er nicht snipen kann Na da Hättest du mit dir erst getroffen Hätt ich gesagt, egal Vergiss alles was ich gesagt habe, ja Aber Hast du heute Warum bist du scheiße? Hm, hoffentlich nicht Wie viele Hast du denn da bitte? Tausende Milliarden Dein Ernst, Fabi? Ich habe einen Chip vor allem gelassen Die Bombe wurde nicht platziert Ach Nicht dir mehr ernst, oder? War der schon wieder? Fabi hat ähm Nein, ich sag nichts Die Bombe vergessen Das wär Das wär super Hat er wirklich? Oh Mist, ey Hat er wirklich? Fabi hat bei Beim letzten Sekunde Von Plenten, ja Hat er abgebrochen Und ist losgerannt Hat gedacht, er hat gelegt Oh Gott Und als er dann bei der Kirche stand Hab ich gesagt Die Bombe wurde nicht platziert Und dann guck ich da unten Oh, da ist ja noch ein Koffer Der ist natürlich ganz groß Aber ey Damit wurde Dennis voll Damit wurde Dennis voll verarscht Der hat die ganze Zeit auf A geguckt Voll geil Weg gesniped Weg gesniped Der andere ist auch reingegangen Oder? Nein Nein Ich sollte grad sagen Renn bloß Scheide Alter Warum bist du denn da drin, Nickels? Geh mal weg Gut Warum bist du da drin, Nickels? Geh mal weg Ich hab mal schnell die Violette gesehen Ist auch geil Da, da Hey Nickels, das finde ich auch total asozial von dir Dass du auch auf ihn schießt Ich bin die Vollscheiße von dem Ah ja, das ist krass Das ist einfach nur echt Das ist unterstes Niveau, Nickels Unterstes Niveau Ja, danke, danke, danke Ich find's schade, dass es hier die Dragon auf mich gibt Ist auch ne Sniper, oder was? Ja Halbautomatik Dennis Was? Überleg dir, was du tust Was denn? Spast Was denn? Was? Ja, ist so Ist ein Spast Ah ja Idiot Ey Loop Das gibt's nicht, ja Ich bin so rot, das gibt's gar nicht, ja Wie ne Frau in den Tagen, aber Das ist versaut Ja, die hab ich aber gut eingeschenkt, oder? Hast du die Bombe gehabt? Nein Ja, scheinbar Hä? Achso Hä, wo liegt die denn? An meinem Todespunkt? Ja, wo bist du denn gestorben? An dem Haus An der Ecke Ähm Kann es sein, dass wir die Bombe diesmal gar nicht haben? Ja Kann es sein Alter, ihr seid so geil, das ist so geil mit euch, ohne Spaß, ihr seid super Ich hör was, ich hör was, oder? Ja, ich auch Habe ich recht, oder? Nein Du weißt nicht, ich hab ein heiß, äh scheiß Headset Ja Du hörst Phantome Phantome, ja Opa War das nicht, ähm Gut? Ja Und tot Dennis, du Rumpel aus der Tonne, Alter Guck mal, du hast jetzt zwei, ich hatte nur eine Okay, Leute, ganz ehrlich Chips während der Aufnahme ist eine dumme Idee Ich, äh Spuck die ganzen Dinger hier beim Lachen in den Popschutz Haha Dann hast du zweimal was von denen Und nur Spaß, ich kann die Dinger echt nachher abkratzen und dann gib ihm Wow Wollte einer snipen irgendeine Sau Dennis Ja, auf mich, oder was? Dennis Ich war nicht auf meine eigenen Kameraden Hey, wenn sie es verdient hätten, aber Ich, okay Anx Doch nicht Einfach alles rein Irgendwas ist in dem Bunker Guck mir das mal an Na Auf jeden Fall bei B sitzt einer Echt? Ja Man, Mann 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 Gott Mann Mann Ja, aber passiert immer genau das dann wenn ich im radioaktiven Bereich bin und verrecke. Warum bist du auch im radioaktiven Bereich, frage ich mal so. Liegt da, liegt direkt rechts. Diffused, diffused, diffused! Ah, scheiße. Ich komm sowieso nicht, ich hab keinen Marathon für den. Cool. Und ich bin weiter gelaufen und dachte, der A-Punkt kommt erst noch viel weiter dahinter. Hätte ich auch nicht angezeigt, wo der ist, ne ist klar. Du siehst, dass der Pfeil in der Richtung ist, aber das war trotzdem als ob er noch eine Ecke weiter wäre. Ja, so einfach ist das, manchmal. Gut, lass mich hier in Ruhe ab. Wir müssen den Nickel schnell finden, der schießt uns wieder auf die Drohne. Und wo? Alter, was los? Oh, der schießt halt weg. Ah, scheiße, er kam rechts aus dem Gang. Ist grad bei sich rein in Gang. Alter, die ersten Ladungen gehen ja alle einfach mal direkt in den Boot. Schon gut. Also in dem Fall war übrigens vorhin die Aufklärungsdrohne echt mein Tod, weil ich hab nicht mehr nach rechts geguckt. Ich bin einfach durchgelaufen und dachte, er steht oben und will die abschießen. Scheinbar hat man dich sehen können. Ritt doch in die Ecke! Ja, aber Dennis schießt maximal schlecht. Ritt doch in die Ecke! Ritt in die Ecke! Oh mein Gott, ey, und wirklich, du standst ja ewig noch da. Ja. Ja, er hat maximal schlecht geschossen. Nee. Du musst aufpassen, er weiß ja, wo du bist, ne? Nee, das ist ja Quatsch. Dennis, echt jetzt! Hört man das? Nein. Marne, du sneakst nicht, oder? Warte? Nee, alles gut, alles gut. Ich hab mich für heute. Sorry. Lass dich nur nicht wegholen, ne? Lass dich nur nicht wegholen, ne? Ja, ganz groß. Ja, Fabi, wollen wir wettmachen, welcher von unseren Jungs das macht? Na? Ach, Dennis. Mann, Mann! Ich hab's schon gesehen, da warst du fast drauf. Hat Arnie die ganze Zeit beobachtet, wie er ja lang kracht? Ja, nö. Naja, was heißt, er hat jetzt schon ne ganze Weile gelaufen. Ach so. Kann ne wahr sein. Kann ne wahr sein. Kann ne wahr sein. Kann ne wahr sein. Beim Plenten hab ich mir erst mal zugeguckt. Ja, gut. Den kam er ja nicht geplantet. Dann kam die Waffe hier wechselt, um auf dich zu schießen. Alter, er steckt mich da nicht so. Ja. Habt ihr jemanden? Nee, er war im Bunker und der andere hat, äh, kalt drin. Also man sieht den nicht. Der andere hat nämlich kalt drin. Ja, dreimal darfst du raten, warum ich den drin habe als Scharfschütze. Weil du ein dreckiger Scharfschütze bist und mich wegsnapst. Richtig. Deswegen mach ich mir auch keine Sorgen wegen Drohnen. Ähm. Ja? Ja? Kannst du rechts von mir abdecken? Rechts von dir? So wie du gerade guckst? Ja. Gut. Kann ich machen, aber dann muss ich so weit laufen. Mö, bist du doch eigentlich schon solle Chick. Da muss ich nur in zwei Richtungen umgucken. Moment, du kannst doch machen, was du willst. Ach, mach, was du willst. Wieso denn? Das ist doch das Recht in die Richtung, wo du geguckt hast. Nein, ich meinte damit eigentlich den... Ach, vergiss es. Ach, das andere Recht. Ah. Nein, ich meinte... Nein, jetzt unterscheid, ich meinte den rechten Eingang. Oh. Du bist ne... Ich glaube, Potzau. Stopp, du Hure. Alter. Der Burschiss im Weg. Von wo kamst du bitte? Vom Bunker. Du hast mir die Kanade direkt gegen mich geworfen. Also, direkt neben mir. Die sind mir vorbeigeflogen. Heiße. Doch, hab ich gesagt, fick dich, du Hure. Das kann ich nicht wahr sein. Ich hab leider eine Eingang Chancen wieder mal. Also, dass ich keine Samtechler habe. Ja. Samtechs wär böse gewesen, weil... Ich glaub, die wär gut aufgekommen. Das Ziel verteidigen. Obwohl, ne, eigentlich nicht. Ich wär so scheiße gewesen. Weil sie nicht von dir gekommen wäre. Ne, generell, die wär wirklich... Also, die ist wirklich an mir vorbeigeflogen. Ich bin an dem Ding einfach durchgerannt. Was? Oh, man! Oh. Snipe die jetzt rein, oder was? Ne, ich hab von Arne echt original nur den Fuß gesehen. Ich hab durch den kompletten Bunker durchgeschossen. Ich hab mich hingelegt auf meiner Seite und hab auf deiner Seite durchgeschossen. Ich hab nur die Füße von dir gesehen. Und war mir erst nicht sicher, ob das wirklich Textur ist, oder... Ein Typik. Krass, deine Frage. War's ein Typik? Mhm. Oh, die Husskraft ist noch lustig. So manche Spots gibt es, die man einfach mal kennen muss. Da, 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 da. Was? Weg, er's, ne? Irgendwo von deren Autos... schick sich hier irgendwo dazwischen ja doch so hat sie mich erwischt als doof nicht optimal hast du den spartan visier ahne? nup 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 ja 3 gesehen nicht naja ist vorbei du schießt echt manchmal schlecht mit dem Ding kann es sein ja ja ich hab dich auch gesehen da der andere war da auch weil er ja lang gelaufen ist aber hättest du eh nicht mehr schaffen können ja ja seitenwechsel eieieieieiei jetzt wird es natürlich nochmal nett ne sucht und zerstört das ziel zerstört bombe erlangt ja 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 da hab ich mir auch gerade noch du hast dich umgebracht du bist ein alter ist es jetzt dein ernst ich hasse es wenn du dir den Namen nicht anzeigen alter ich hab nur dein Bein gesehen du hast dich schon wieder selbst umgebracht ja die haben sich selbst weggesniped ja die haben sich selbst weggesniped ich hab nur dein Bein gesehen ist nicht dein ernst du hast doch gesehen dass ich da lang gelaufen bin tut mir leid das hab ich dich gesehen ja desto besser am Problem weniger ja hat vom Balkenhaus gesniped ich dachte mir schon so von wo ja danke ja die Abschlusskamera ist auch schön ja das ist nett da hast du mir nicht mal geschossen aber das weiß auch nicht die Entfernung oh Gott wie schlecht aber der Gilly gefällt mir das ist cool du hast dich auch noch gefreut dass du endlich mal jemanden erwirst ja ich hab mich nicht gefreut das war nicht stille vor allem Fabi du hättest mal sehen müssen wie ich geschossen hab das war ein Ultraschuss eigentlich aber dass du das war natürlich kacke ja das ist natürlich doof ne der ist dir nicht ganz so ultra ne ja der ist dann nicht ganz so ultra das ist wohl wahr ok Freundchen letzte Runde was willst du jetzt eigentlich auf Penispiraten machen oder was mit dem Degen der Verfechter mit dem Degen Kevin Le Laserschwert Monsieur Le Laserschwert ich find das so geil Kevin verdammt nochmal hab ich auch schon getroffen das kann alles das Spiel ohne Spaß das Spiel kann alles hab ich schon gesagt wie toll der Auspack ist ja gut das ist nämlich voll toll ich wollte nicht mehr sagen dass ihr echt beide wieder irgendwie auf Range unterwegs seid echt jetzt hm ich will meine Finger zucken oder ist der Hammer ich will meine Finger zucken oder ist der Hammer im Gang hier bei mir mhm das darf nicht wahr sein mit der Schrotze hast du? nein hier hat er mich was jetzt noch auf Dennis er ist bei mir hier bei B hast du ihn nicht gesehen? doch da drin ja ja hol dir die Bombe und dann ab die Post du hast noch 30 Sekunden ach ey schön nice ich hab ärgerlich gut ärgerlich schön breit gemacht und dann wiii das wäre ein Erfolg gewesen töte einen Gegner in der Luft auf jeden Fall ja alles klar Leute vielen Dank fürs Zuschauen krass ey hab ich heute auch schon gewonnen? ja bestimmt na keine Ahnung vielen Dank fürs Zuschauen Leute haut rein tschüss tschüss tschüss